So, ich hab das Spiel mal neu gestartet und es auch ein bisschen lauter gemacht. Ich fand das doch recht leise irgendwie auf Dauer. Ähm, ja wir sind jetzt hier wieder. Und wir müssen noch den Zug bänden, das machen wir jetzt auch mal. Und dann erobern wir unser Königreich zurück. Ach verdammt, der kann doch SD angreifen. Äh. Das ist jetzt echt doof. Äh, drücke um die Armee... Achso. Drücke um deine Armee aus dem Kampf fliehen zu lassen. Du behältst die überlebenden Einheiten, verließ jedoch den Kampf. Ja, okay, ist okay. Ja, dann schiebt du auch. Ja, gegen den hab ich eh keine Chance. Wieder der Blaue. So, jetzt aber du. Verlassen. So, du kriegst das jetzt wieder. Du meinst, mein Königreich zu erobern. Glaub, es hackt. Ähm. Wollen wir denn duplizieren? Klar, verdoppeln. Weißt du, mir ist mir aufgefallen, dass die Musik auf einmal in Kämpfen weg war. Deswegen hab ich auch nochmal neu gestartet. Okay, guck mal, wir machen einmal Pfeilhage. Äh, warte, 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 warte. Du gehst mal dahin. Du gehst auch mal dahin. Ich guck mal, das ist der Lita-Kämpfer. Glaub ich, das gewinne? Das stand gerade einfach dran. Also so einfach sieht das gar nicht mehr aus. Ja, doch, das sieht gut aus, glaube ich. Glaub ich aber nur. So, jetzt haut er ab. Meine Güte. Du Sack, ey. So, meine Burg. So. Greift an. So, reißt die Mauer nieder. Gehen wir mal noch in so ein Buch zurück. Mit allen kräftigen Taten. So, gewonnen. Damit wollen wir unsere Burg zurück. Boah, Mensch. Ärgerlich, dass wir das extra jetzt machen mussten. Habt denn, lass ich auch erst mal hier. Weil sie nimmt noch ihre Einheiten wieder, ne? Sie geht zurück. Äh, der blaue. Muss ich mal gucken. Fast und... Oh, nö. Oh, das ist sehr doof jetzt. Dann muss ich jetzt auch mit ihr fliehen. Jetzt geht mit der blaue und der grüne auf die Nerven. Stadt umwandeln. Ach, krass. Wir können die Stadt hier umbauen. Ne, die können wir nicht umbauen. Die können wir nur umbauen. Ach so. Ja, das bringt es jetzt auch nicht, wenn ich jetzt hier Kohle ausgebe. Äh. Ja, komm. Dann gehst du auch erst mal zurück. Ja, das mit Teleporter ist doch ein bisschen nervig. So, kann der mal laufen? Ja, kann er. Oh, Mann. Ja, jetzt müssen wir erst mal hier warten. Jetzt mal eine neue Einer rekrutieren. Ne, das können wir nicht. Okay. Gucken wir jetzt. Sind das die Ausdrucksungen, die wir vielleicht noch haben? Ja, für ihn ist das einfach. Man muss gerne gehen zurück. Bringt nichts. Ja, komm. Weil mein Pech erobert direkt der grüne ist jetzt wieder zurück. Ja, genau die habe ich jetzt nicht ausverbessert. Also, wir machen mal auf Pfeffer im Tempo. Ne, das schaffe ich nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, Niederlage. Ah, da kommt der zweite. Ja, der ist einfach jetzt, oder wie? Warte, das ist die schon wieder. Ach. Ist das auch für die einfach? Ja, ist das auch. Okay. Ich werde auch mal gehen jetzt mit dir zu. Ganz einfach. Ja, da kommt die heilige Magie der Powermännchen. Sind die auch hier ein Fernkämpfer? Die Mönche eher ein Fernkämpfer. Das ist klar, ehrlich gesagt. Ich werde es und die Mönche auch fänden. So, fertig. Und mit ihr gehen wir jetzt in die Stadt zurück. So. Ja, bevor wir jetzt alles verlieren. Wobei. Ne, der kommt ja nicht herlängen leider mehr. Ähm. Sie. Geht jetzt hierhin zurück. Oh, Mann, ey. Das ist so traurig. Ja, da waren so viele Einheiten. So viele. Soll jetzt mal ein bisschen gemein sein? Ähm. Ich hatte nämlich eine kleine Idee, wie wir ihn vom Brück zu Kindern können. Vielleicht ist es auch verschwendetes Geld. Ach, wir brauchen noch ein bisschen Holz und Eisen. Okay. Dann kaufen wir die jetzt mal. So, da nochmal fünf Eisen. Da nochmal auch nochmal. So, Holz. So, jetzt hat er nämlich dadurch mehr Verluste. Wir haben da mehr Einheiten. Tja, mal gucken, wie das jetzt wird. Da haben wir noch 17 Einheiten. Da haben wir gar nicht mal so viel mehr. Ich könnte Pandas holen. Ah, vielleicht. Ah, nee. Ähm. So, was können wir hier denn jetzt kaufen? Das können wir noch nicht kaufen. Können wir auch nicht kaufen. Söldnerhalle. Holz. Schwefel und Holz. Äh. Es zählt Einrichtung von vier Stadt ein Geruch. Ähm. Hospital. Dann kaufen wir mal Holz. So, und dann bauen wir mal weiter in diese Richtung aus, dass wir das Hospital bauen können. Scheide, dass ich den Helden nicht da reinstecken kann. Aber vielleicht passiert das ja, wenn der Ah, komm, dann lassen wir den mal so. Bleibt die mal hier. Mal gucken, was dann passiert. Ach, guck mal, die gehen doch zum Teil hier hin. Gehen jetzt alle da hin? Hm. Äh, ja, dann melden wir erstmal den Zug. Guck mal, der blaue haut ab. Zweikling. Wie kann man denn jetzt... Hä? Wo ist der hin? Ist der weg? Okay. Wie kam der jetzt hier weg? Den hab ich jetzt nicht verstanden. Hm. Den hab ich jetzt wirklich nicht verstanden. Okay, dann ist aber egal. Ähm. So, was können wir denn machen jetzt? Wir bauen erstmal hier weiter aus. Erstmal das Hospital. Er hat ja sehr viele Elite-Kreaturen. Vor allem, äh, die dicken Paladine. Mit ihr. Mit ihr. Mit ihr. Mit dir ist das da oben alles sehr einfach, ne? Dann machen wir das mal so. Lass dir mal das hier erobern. Schuppen. Ich würde gerne mal wissen, was da oben alles ist. So. Das war alles vertroffelt. Ich würde zum Glück, Erkampfeinheiten. Hm. Okay. Äh, das sind schon. und den Anspruch nehmen. Rocksdenker, okay. Aber hier können wir auch ein bisschen weiter hier, oder? Das machen wir einfach mal. Kann das sein, dass er gleich hier zurückkommt. Ja, mit ihm gehen wir mal hier wieder zurück. Weil kann sein, dass der gleich wiederkommt. Und dann wird er bestimmt die Bruch wieder haben. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass er das haben will. Es gibt alle Gebäude dahin, okay. Den lassen wir nochmal als Verteidigung möglichst. Ja, mit ihr können wir nichts mehr machen, okay. Oh, Mann. Äh, Kraftgesintheitflugschaden, okay. Ja, mit ihr kaufen wir mal Einheiten ein. Wir haben genug davon eigentlich. Was haben wir denn? Quecksilber. Wir brauchen kein Quecksilber, warum auch immer. So. Ah, da war noch Gold. Okay, hab ich gar nicht gesehen. Ah, okay. Da ist auch noch Gold. Hab ich auch nicht gesehen. Oh, Mann. Ja, wir können noch zu fällen. Oh, der Blaue. Der Blaue geht mir aber echt auf die Nerven. Ja, dann gehen wir hier wieder zurück. Du musst ja echt hier nur als Verteidigung fungieren. Das ist ja doof. Hast du möglich... Boah. Das ist doch doof, dass wir direkt vor der Haustür ein Portal haben. Okay. Können wir hier irgendwas bauen hier noch? Mal gucken, dass wir mehr Gold generieren. Oh, Mann. Eigentlich war das... Ja, das war vielleicht ein Fehler jetzt. Ah. 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 Okay, Holz. So, da rekrutieren wir ein paar mehr Pandas. Wir brauchen nur Pandas. Gut. Alle Pandas aufgekommen. Okay. Wir haben hier Pandas. Alles klar. Okay. Ah, gut. Dann machen wir das so. Die greifen da an. Die greifen da an. Die sind Fernkämpfer. Die auch. Okay. Alles klar. Los. Oh, es ruckelt ganz schön. Auferstehung ist echt gut. Noch mehr Pandas. Wir brauchen mehr Pandas. Die müssen wir auch leveln. So. Gewonnen. Jetzt holen wir uns die Materialien hier. Das können wir uns auch mal holen. Äh. Annehmen. Jetzt kann ich nur nichts mehr machen. Das ist für zwei Runden erschöpft. Oh gut. Dann ist halt so. Okay. 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 Ja, wir können eh nichts mehr machen. Super. Kann sein, dass der Blau uns jetzt die Stadt nimmt. Dann nehme ich es aber zurück. Der haut schon wieder ab. Wer gesehen hat, dass ich jetzt komme. Wahrscheinlich. Eigentlich wollte ich sie zum Panda-Meistern machen. Aber. Naja. Gut. Die Witte. Er hat leider nichts draus. Sie hat doch noch die Kanonieren. Okay. Wir gucken erst mal, was wir jetzt wieder bauen können. Ähm. Wir haben Perlen genug. So. Wir können die mal holen. Dann werden die verbessert. So. Mal alle kaufen. So. Was? Das machen wir jetzt auch noch. Wir tauschen mal hier die Einheiten jetzt aus. Und hier. Ich will wissen, wo sie hin ist. Dahin geht. Aha. Aha. Direkt zum Blau. Und da muss direkt noch ein Portal sein. Das wird doch nicht so schnell gehen. So. Wo bist du jetzt? Da bist du. Komm her. Wo gehst du mir auf die Nerven. Wo gehst du mir sowas von auf die Nerven. Ja. Wir brauchen noch ein paar Fernkämpfer. Die halbieren. Wir haben gar keine Fernkämpfer, sehe ich gerade. Oh Mann. Das ist aber doof. Das will ich so nicht. So. Okay gut. Ja gut. Dann machen wir das so. Start. Darin sind die auch schon wieder. So. Da haben wir jetzt mal einen Kettenblitz. Das war. Nee. Ähm. Also mal Blitzstrahl. So. Dann nehmen wir mal die Goblins jetzt wieder. Dass sie für uns kämpfen. Der Blaue macht mir gar nicht mehr so viel Sorgen. Wer dir mir Sorgen macht, ist der der Grüne. Das war ja alles zu lange ein bisschen. Das kann man leider nicht heilen. Mein Gott. Es sind so viele Einheiten. Ah. Perfekt. So viele Einheiten wie möglich noch mitnehmen. Gutes. Die lassen wir auch erst mal da. Also sie wird ja Panda-Meisterin. Sie bleibt hier als Verteidigung. Und tauschen wir mal ein bisschen mal die Einheiten aus. So. Ähm. Die kann rüber gehen. Die kann da hingehen. Ja die Krähe kann da bleiben eigentlich. Bogenschütze geht da rüber. Die Jünger gehen da rüber. Die Kämpfer gehen da rüber. Eigentlich geht alles da rüber. Da kann ja auch alles da rüber stehen. Nee. Umgekehrt. So. So mit ihr. Ja sie hat eine Grundmiliz noch. Geht's immer da hin zurück. Und sie. Geht jetzt hier hin. Und er. Er tauscht jetzt erst mal mit ihr ein paar Gegenstände. Ich hoffe das geht. So. Das geht glaube ich auch. Fertigkeitszerstörung. Ist das ein Handschuh? Achso ist ein Handschuh. Sauerkraft und Wissen. Nee. Ähm. Dann kann die das auch behalten. Sauerkraft. Äh. Fertigkeit. Müsstizien. Ah nee das ist auch das. Das ist Hose. Dämonologie. Nee Dämonologie. Ich hatte nämlich Pläne. Wie krieg ich den Helm? Ähm. Bestien rufen. Das. Ja das kriegt sie nicht. Müsste. Abwehr. Okay. Abwehrgrenze noch haben. Erstmal bloß. Da. Beschworen. Kreaturen werden dauerhaft. Okay. So. Lassen wir das erstmal. Ähm. Er geht jetzt zurück. Ah. Das wird noch lange dauern. Das. Das ist also das doofe. Dass wir zwei große Mächte haben. Und da läuft der Grüne schon wieder. Und der Grüne will auch schon. Ah der Grüne will schon wieder zu mir. Das sehe ich doch jetzt schon. Aber ich wollte eh mit ihm auch zurück. Ich wollte mit ihm ja auch schon wieder zurück. Mit ihm verteidige ich dann die Stadt. Ich habe da nichts anderes übrig. So. Was mache ich denn mit ihr jetzt schönes? Die sind jetzt einfach. Die sind schwer und schwer. Okay. Jetzt wird ja jetzt eh die Panda-Meisterin werden. So. Wir müssen bauen ja auch noch hier. Ob ich das schon wieder vergesse. Ähm. Wir haben Perlen, aber nicht genug. Neun Holz. Wir kaufen neun Holz. Dann kaufe ich das nämlich so. Dass wir das hier aufwerten können. Ähm. Die Stärke für euch. Nur zu von Teretar. Nehmen Teretar. Und wir nehmen die. Zauberwirker. Aber wir nehmen die Schlange. Wenn ja auch im Jahr der Schlange geboren. Dann passt das ganz gut. Mit ihr kaufen wir jetzt noch ein paar Söldner. Kann ich das auch? Ne. Ich kann immer nur einzeln klicken. Schade. So. Aber mit ihr können wir jetzt mal ein bisschen hier erobern. Mittel. Ach. Das ist der. Der hat keine Neustart. Ich kann bitte weniger. Das ist Taller. Dann gehen wir erstmal wieder zur Stadt zurück. Weil wenn der schon anspruchsvoll ist. Wenn er dahin geht. Der ist mittel. Er ist mittel. Die Einheit kenne ich noch gar nicht von dem. Ach man. Ähm. Müssen wir erstmal alle übertragen. Aber ich will nicht, dass er die kriegt. Unmöglich. Okay. Wir müssen uns um den Grünen kümmern. Der Grüne ist echt heftig. Ich gehe mal mit dir ganz zurück. Ja er kommt. Ne er geht runter. Okay. Ja der kommt. Der will auch da hin. Ne der. Hä? Hä? Es nützt nichts. Wir müssen uns um den Grün kümmern. Blau geht mir auch ein bisschen auf die Nerven. So. Er kriegt jetzt erstmal die ganzen Einheiten. So. Wir tauschen bitte mal aus. Die kriegst du jetzt alle. Ne. So. Die kriegst du jetzt alle. Jetzt machen wir mal mit den Grünen ein bisschen Terror. Aber es hackt allmählich hier. Was können wir jetzt hier schönes bauen. Und was können wir jetzt hier schönes bauen? Dafür brauchen wir Perlen. Sie können wir sammeln. So. Machen wir erstmal das, dass wir mehr Kohle kriegen. Hier würde ich ganz gerne auch ein bisschen mal ausbauen. Ne. Da wo ist Eisenerz. Ne mehr Eisenerz. Die sind einfach anspruchsvoll. 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 Okay. Ein bisschen Level muss auch sein. Oh. Wir haben schon wieder die Zeit. Die Zeit. Die Zeit. Das ist immer so eine Sache mit der Zeit. Und dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Achso. Ich habe eine Sache vergessen. Muss ich gleich nochmal zurück. Aber. Boah. Du Sau. Auf hast du doch nur gewartet. Das ist doof. Wenn die jetzt immer hin und her springen kann. Ich glaube. Ich glaube. Wenn ich nochmal ein Spiel machen würde. Dann würde ich das mit den Portalen. Irgendwie gucken. Dass ich das ausstellen kann. Oder. Irgendwie anders mache. Ach. Das ist echt nervig mit den Portalen. Ähm. Gut. Aber wir müssen jetzt erstmal. Weiß mal alle inaktiv. Ähm. Panda brauchen wir. Die Hälfte Pandas brauchen wir. Kernkämpfer. Jünger. Nehmen wir auch Affen mit dabei. Affen kommen hier mit dabei. Kein Affe bleibt hier. Diese Kato kann öfters angreifen. Okay. Ähm. Die Kato stellt mir Zeitgesundheit wieder her. Je mehr Gesundheit wieder hergestellt wird. Desto langsamer läuft der Verrücker. Okay. So. Okay. Gucken wie sich das jetzt verhält. So. Starten wir mal. Armeen verdoppeln. Blitzstrahl. Was ist der Elementar? Erster Schlag. Richtsicher verbindet und aus und erhöht die Angriffstempo. Oh geil. Okay. Doppeln. Hm. Auferstehen. stärker stecken das wird anspruchsvoll wieder guter letzter kampf heute werden so gut vielleicht chaos ich werde ich verlieren wahrscheinlich so wie das aussieht verschleppen schicken aber jetzt habe ich eh kein mana mehr oh man ja schade hat leider nicht geklappt wenn wir pech haben verlieren wir die stadt oder auch nicht der haut ab er zieht nach na gut aber das soll es für heute gewesen sein bedankt mich fürs zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dahin gehabt euch wohl tschüss bis zum nächsten mal